So, Askin, komm schon, komm schon, nix, geh ich hier nochmal ne große Runde, bei mich wird's doch wieder hell, ne? Also, wenn wir ein Askin finden wollen, dann jetzt, sonst ist zu spät, da ist einer, oder? Ne, das war nur ein Dingens, Schattenspiel, na gut. Geh geblieben, und tschüss, ah, da ist einer, aber auch ohne Stern, und noch ein zweiter, na toll, oh oh, äh, ähm, ich geh mal weg, hui, das war aber knapp, dreist, Alter, ich hasse es, wenn sie dann mich doch noch treffen, äh, komm ich hier irgendwo hoch oder so? Nö. Hui! Gut, dann mach ich mal Wurzeln, weil ich muss die Askin jetzt töten, obwohl ich würde ja sowieso den Spot wechseln, ne? Dann muss ich sie eigentlich nicht töten. So, hier lang bitte. Ja, der Askin haut ab, keine Ahnung warum. Wahrscheinlich wegen Gift oder so. Laggedy lag, das heißt, es ist gleich morgens. Ja, dann können wir direkt zurückgehen. Toll. Hm, hier ist Askin-Stuff, das nehm ich mit, und der andere Askin ist da hinten hin gerannt, ne? Ja! Ah, also ich glaube wir, ach komm, klar PC, ich glaube wir müssen einen anderen Spot suchen. Wollen wir das machen? Das halte ich ja für, für sinnvoller auf jeden Fall als, ach so, hier lang, als, ähm, immer wieder hierher zu kommen und wir treffen nur auf drei Askins. Das ist mir ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt. So, du stirbst. Du auch. Ja, oder du hast ab. Ist mir einerlei. Hm, ja komm, ich hau mal ab hier. Oh, morgen, schnell. Morgen, schnell. So. Sehr gut. Und hier hoch. Ja. Ja. Hm. Ich würde einfach in eins der anderen Notportale gehen, ne? Wir haben es ja Notasche genannt. So. Perfekt. Ja, ich, äh, laufe mal kurz nach oben. Zu unserem Bettchen. Bettchen. Und packe da, also, erstmal packe ich hier den Ding jetzt drauf. Auf den Tisch packe ich hier die, diesen Dwergekrug. So. Sechs. Und dann ruhen wir uns gut aus. So. Und, ja, den Krempel, ah ja, das muss ich wieder, ja, nee, ich will das Portal wechseln. Aber das mache ich nicht, indem ich, ähm, das jetzt alles umbaue und so, sondern ich lasse das alles so, wie es ist und ich ändere nur den Tag hiervon. Oh, ich dachte gerade, was liegt hier? Was ist hier denn für ein Vieh? Puh. Gut. Sechs. Hm. Und den berede ich mal wieder nach unten, wo sie hingehört. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal kurz in die Ashland Base. Äh, ja doch, Ashland Base. Hier schmeiße ich mal den Loot dazu. Ah, jetzt habe ich die Kräuter auch dazu geworfen. Egal. Ähm. Und dann gucken wir mal, welche von denen sich am besten eignet. Mal schauen. Können natürlich auch gucken, ob wir es hier direkt machen. Das ging ja natürlich auch. Will ich aber eigentlich vermeiden. Also, gucke ich mal bei einem den hier von den ganzen Notportalen. Not zwei, drei, vier, fünf und sechs. Ich gehe einfach mal in die sechs. Keine Ahnung. So. Und dann... Ach ja, stimmt. Das hatten wir hier. Da schaue ich mal, ob wir hier irgendwo Askins in der Nähe haben. Da gucke ich einfach mal auf den Wellen nach. Ganz ehrlich. Und wenn hier welche sind, dann denke ich mir, jo. Und wenn nicht, dann nicht. Sieht nicht so aus. Stimmt. War das nicht da auch, wo die... War das nicht der mit der komischen Treppe? Nee. Das war eine andere. Mhm. Mal schauen. Ich schaue mal so in die Ferne. Das Licht nervt jetzt auch, ne? Ich mache das mal kurz aus. Da sehe ich nur Untote. Da sehe ich auch nichts. Nee. Ich gehe mal nach da, zu der Ecke gucken. Nee. Da ist ein Nest. Das hole ich mir. Das hole ich mir. So. So, herkommen. Oh. Ja, äh, die sind gerade abgelenkt. Jetzt aber schnell. So, alles aufgesammelt. Wo sind die Ecke? Schnell, bevor der Zwerg stirbt. Ich sehe sie nicht. Sollen wir ihm helfen, ja, ne? Verdammt. Das war nur ein Treffer. Komm schon. Schon wieder daneben. Wie flink ist die eigentlich? Oh nein. Die Zwerg umgebracht. Ja, die kommt doch gleich zu uns. Oder nicht? Ich will gerne die Eggster holen. Was macht die denn da, Alter? Übelste Glitch-Party. Komm. Die machen wir mal platt. Ein einziger Treffer. Super. Daneben. Ganz ruhig. Hä? Das war doch ein Headshot. Was ist denn das? Mit diesen Balküren, Alter. So. Hier lang. Verdammt. Den zweiten wollte ich gar nicht werfen. Oh. Er ist gestillt. Na los. Shit. Und ein Feuerball noch, glaube ich. Oder zwei. Ne, einer reicht. So. Dann die Himmelsfedern. Und dann will ich auf jeden Fall hier die Eggers haben. Wo war denn das Nest? Da, ne? Weil da müssen doch irgendwo dann Eier sein. Das wäre jetzt dreist, wenn da keine sind. Aha. Eins. Willst du mich verarschen? Echt jetzt? Oh, Mann. So. Sind hier wenigstens Eggers bei. Ja. Immerhin. Ganz schön am Abläggen. Ich glaube, weil er was geladen hat, ne? Kein Plan. Äh. Das Weiche will ich hier schmeiß ich. Will ich auch mitnehmen. Da schmeiß ich mal das hier weg. So. Und dann gehen wir wieder hinein. Aber das hier ist auf jeden Fall kein guter Spot, ne? Hier sind ja gar keine Askwinds. Also nix wie weg hier. Welche war das denn nochmal? Welche, welche Lagerungsturm? Oh. So viel zum Thema keine Askwinds. Wow. Da sag ich's grad. Oh oh. Oh oh. Schnell hoch hier. Nein. Nein, 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 nein. Oh oh oh. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Oh Mann. Keine Ahnung, wo der herkam. Und äh. Also kein Plan. Und dann eben grad mit der Ausdauer. Das war schon wieder. Da war ich schon wieder einfach nur im, im Leerlauf. Im Kopf. Es tut mir leid. Kann ich überhaupt hängen? Oh. Gut. Oh. Mach mal hinne bitte. Zack. Gut. Und dann gehen wir wieder zurück. Und ich weiß nicht. Jetzt hab ich da gerade. Ich habe dort, ähm, gesehen, dass da ja zwei Askwinds gestorben sind. Und es kam noch ein weiterer. Es kann aber auch sein, dass diese Askwinds Sachen dort länger lagen. Und sie einfach nur nicht despawned sind. Hm. Ich will doch mal gucken. Ich geh doch mal hin. Ähm, hier lang. Also Aschenlande. Und dann war das das sechste, ne? Glaub ich. So. Und danach hier unten. Und hindurch. Oh Mann. Und ich geh schon wieder ohne Edelholz, ne? Naja, was soll's. Let's go. Und hier ist der Turm. Da hab ich auch die Viechers. Hm. Ich versuch mal hier mein Stuff zu holen. Geh. Äh. Ups. Oh shit. Okay. Äh. So wird das heute nicht. Vor allem hab ich mich auch gerade gefreut, dass wir neue Eggies gefunden haben. Und jetzt hab ich sie sinnlos wieder fürs Sterben verschwendet, ne? Äh. Gut. Ähm. Ja, ich zieh mir ne Rüstung an. Ich hab's verstanden. Ich kann da nicht hin. Das sind die Aschlands. Die Aschlands sind böse. Ich werd schon wieder grantig. Ich hör schon mal auf. So. Gemütlich 19. Let's go. So. Und dann halt, rüstkammer. Können wir uns den Weg sparen. Und ich kann einfach hier die Sache rausnehmen, ne? Ja. Ich nehm die raus. So. Zieh die direkt an. Und wir nehmen uns unseren Froststab. Feuerstab. Und natürlich den Schildstab. So. Dann noch den Federumhang. So. Gut. Dann natürlich noch unser Food. Ab nach unten. Und ich könnte eventuell auch Tränke mitnehmen. Lass dich mal bleiben, ne? Oh. Wir haben den Shake genommen. Sehr gut. Ja. Da sieht man auch, dass der Eiterbalken jetzt ein bisschen länger ist als Ausdauer. Das freut mich natürlich. Gut. Hier lang. Runter. So. So. Gut. Jetzt nochmal. Oh Mann, ey. Ich hasse das so, ne? Dieses Sterben. Dann zur Leiche rennen, sterben. Zur Leiche rennen, sterben. Ey, boah. Das ist schon echt hardcore nervig. Ähm. So. Der da hat mich umgebracht, ne? Also der da meine ich. Komm. Stirb. Stirb elendig. So. Und jetzt bist du dran. Mit Frost. Schön hier geblieben. Ein Asquin. Und da, ne? Das ist, was ich meine. Da sind doch mindestens zwei oder drei Asquits gestorben. Kann aber auch sein, dass der, der hier nachgespawnt ist. Also, dass der, der hier ist, einer ist, der nachgespawnt ist. So rum. Weil ich sehe hier sonst keinen. Hm. Ich sammle mal alles auf. Hab Angst, dass hier irgendwas von hinten kommt. Aber passt schon. Dann. Das, 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 das. So. Geh, ich mach mal alles nehmen. Und guck mal, was er nimmt. Ja, ich muss sowieso ein zweites Mal laufen. Gut. So sei es. So. Und so. Und hindurch. Heute müssen wir jetzt auch immer durch zwei Portale gehen, ne? Aber gut, was soll's. So. Hervorragend. Dann schmeiß ich mal hier den Stuff hin. Ich geh stark davon aus, dass wir nochmal sterben werden. Deswegen mach ich mir gar nicht erst die Mühe. Schildstab. Feuerstab. Der kommt hier hin. Froststab. Die Klamatte wieder an. Der kommt hier hin. Der da. Das auf die 5. Das auf die 7. Der. Obwohl, den mach ich auf die 6, ne? So. Das ist alles Loot. Eisen. Zwei Eisen. Hä? Ob ich denn zwei Eisen her? Ah. Von der Dingens. Hier. Das sind genau die Zutaten für eine. Wie heißt es denn? Für einen Steinmetz. Die schmeiß ich mal hier hin. Den brauchen wir gleich. Und ich geh wieder zurück und hol den anderen Stuff. So. Hier runter. Und hindurch. hier hoch. Hier hoch. Hier war es doch, ne? Ja. Das war nur ein Lava-Geräusch, glaube ich. Ja. Ich glaube, ja. Dann hier nach unten. Ich glaube, ja. Keine Ahnung. Das klingt sehr seltsam. Ach, verdammt. Den Stuff hätte ich wegwerfen können. Dann sortiere ich mal aus. Das weg. Das weg. Knochen weg. Das mit. Das mit. Das mit. Und Federn auch weg. Und das mit. So. An die Schandflecken entfernen. So. Ähm. Vom zweiten Mal hatten wir keinen Grab, ne? Wir hatten ja nichts im Inventar. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, ich gehe mal hier raus und gucke mal in... Das war jetzt Notasche 6. Ich gucke mal bei Notasche 5. So. Hier direkt nebenan. Ah. Hier war das. Hm. Aber hier waren auch keine Asquints. Nicht, dass ich mich entsinne. Ah. Da ist ein Geier. Ach. Ja. Stimmt. Die kommen ja nicht zu unserem Land. Leider. Ja. Gut. Ne. Hier ist auch doof. Ein weiter. Ah. Äh. Warte. Das ist Notasche 6. Notasche 5. Ja. Okay. Ich war gerade verwirrt. Ich dachte gerade, das hier wäre die 4. Ne. Notasche 4. So. Hier sind wir auch in einer Festung. Ich weiß natürlich nicht mehr genau, welche Festung jetzt wo war. Deswegen müssen wir uns ein wenig umschauen. Was ist man da? Ein Tear-Blob. Äh. Tear-Blob. Ein Lava-Blob, meine ich. Gut. Soweit so uninteressant. Da haben wir auf jeden Fall solche Ruinen. Hm. Eigentlich sollte ich auch nachts gucken, ne? Aber nachts sieht man natürlich nichts. Auch nichts. Hm. Ja, sowas wäre ideal, ne? Wo man schön weit gucken kann. Hier nachts herkommen, oder? Wo sind wir hier? Not 4. Not 2. Hm. Ich glaube, ich würde hier mal nachts herkommen. Und mal nachgucken. Und ich habe eigentlich überlegt, das jetzt schon vorzubereiten. Ne. Das machen wir dann. Wir müssen einfach nachts nachschauen. Glaube ich. Ich glaube, das macht keinen Sinn, das tagsüber zu gucken. Weil die Spawn-Verhalten, also das Spawn-Verhalten ändert sich ja nachts. Gut. So, dann hier hoch. So, hier rüber. Und runter damit. Ja, doch schon eine ganze Menge Krempel. Drei Hengels. Hat sich der ganze Stress doch gelohnt. Oh Mann. Gut. Es wird doch gerade dunkel, kann das sein? Nein. Die Sonne geht gerade unter. Hm. Dann lass uns mal vorbereiten. Pass auf. Wir gehen hier runter zu der Werkzeugkiste. Nehmen uns das Ding raus. So. Außerdem mache ich die Lampe an. Und ich wechsle auch mal, solange wir nicht in dem Mistland sind, wieder zum Gürtel. So. Und wir nehmen Straußenfahnen raus. Einen halben Stack. So. Außerdem. Hm. Let me think. Let me think. Stein. So. Stimmt, da brauchen wir den Steinmetz gar nicht. Wir bauen ja nix. Stimmt. Das verwechsel ich jedes Mal. Ich denke immer, um diesen Dings hochzuziehen, braucht man den Steinmetz. Aber den brauchen wir überhaupt nicht. Hm. Ja. Wollen wir einfach mal gucken? Ja, ne? Ich gucke einfach mal jetzt nachts nach, wie das Spawnverhalten ist. Wobei wir eigentlich warten sollten, bis die Nachtmusik angefangen hat, ne? Wir können ja schon mal durchs Portal gehen. Soll ich die Harpune mitnehmen für den Fall? Kann ja nicht schaden, komm. Nachher bereue ich's. So. Und wir waren bei der vier. Das war die hier. Und dann schauen wir mal nach. Musik. Warten wir auf die Nachtmusik? Ja, ne? Der war schon mal vorbereiten. So. Warte mal. Der Pilzshake hat eine andere Zeit. Die haben 25 Minuten und die 20. Das ist ja doof. Ah, der hat 30. Na ja, gut. Ja, ne? Die haben alle 30. Das ist ja ärgerlich. Weil dann sind die nicht zeitgleich alle down. Hm. Gut. Ähm. Ist es spät genug? Ich glaube ja. Komm. Wir gehen einfach hindurch. Äh. Selbst wenn es nachts wird. Oder. Ich weiß es nicht genau, ob es, wenn es jetzt nachts wird und wir hingehen, sie nicht spawnen. Sondern, dass wir erst warten müssen und dann spawnen sie. Ich glaube ja. Und ich will's jetzt auch nicht verkacken. Und dann haben wir halt nicht den Topspot. Und dann denken wir so, ne, hier ist ja auch nix. Und dann gehen wir weg. Das wäre ja schon irgendwie ärgerlich. Da unten liegt auch noch Stuff, der nicht respawnt. Keine Ahnung warum. So. Boah, ist das dunkel. Nachtmusik. Sehr gut. Ab in Notasche 4. So. Mal gucken. Ah, der ist schon wieder. Okay. Äh. Oh, einen Moment. So. Äh, was ist denn? Oh, ne, nicht schon wieder. Ähm. Warte mal. Bevor hier irgendwas passiert. Reiße ich. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Kopieren. Portal weg. Und das weg. Was geschieht hier noch? Ein Unglück. Daneben. So. Also ich weiß, natürlich, ne. Wenn wir jetzt sterben, wäre es richtig ärgerlich. Aber wenn sie jetzt das Portal kaputt macht, wäre es noch ärgerlicher. Und da wir hier um das Ding gehen, glaube ich, dass wir das schon schaffen. Steht wieder daneben. Das gibt's doch nicht. So. So. Da, das meine ich, ne. So eine Aktion. Und vor allem diese lila Flammen, ne. Die gehen ja auch hier durch Wände durch und so. Ne, danke. So. Und bringen die Balküren uns gar nichts, ne. Diese komischen Federn. Von braucht man ja eigentlich gar nicht so viele. Obwohl, mir fehlt noch eine Balküren-Dingens. Trophäe, ne. Fällt mir gerade ein. Wäre natürlich gar nicht, wenn wir genau jetzt eine kriegen. Ne, leider nicht. Schade. Ähm, gut. Ja, das hätten wir. Und zum Glück habe ich das Portal hier abgerissen. Hielt ich schon für clever. Warte mal. Ah, hier wäre sowieso noch Notholz drin gewesen. Sehr gut. Yo. Dann gucken wir mal nach. Ähm, halt. Den Text wieder einfügen. Dann gehen wir mal hier hoch. Und schauen mal, ob in dieser weiten Fläche irgendwo Aspins rumrennen. Ich sehe gar nichts. Überraschung. Aber das sieht auch nicht so aus, als ob da Aspins sind. Ne. Gut. Ähm, dann gehe ich direkt zur nächsten. Und gucke mal bei Notasche 3 nach. Also das ist vielleicht ein bisschen boring, ne. Für euch. Fällt mir gerade so auf. Weil ich jetzt hier die ganze Zeit nur gucke, ob da Aspins sind und überhaupt nicht auf Jagd gehe. Aber gehört nur mal dazu, ne. Wir brauchen nur mal die Aspins. Hm. Na hier hochgehen. Energieschild. So. Und jetzt schnell umgucken, bevor es Tag wird. Hier ist auf jeden Fall wenig schönes Gebiet. Was so irgendwie übersichtlich ist oder so. Da sehe ich nix. Hier ist. Ah. Hier habe ich noch eine Stufe gebaut. Huch. Alter, habe ich mich verjagt. Die Nadeln, Alter. Die Stacheln. Holy shit. Aber auch hier sind keine. Nix. Da sehe ich auch nichts. Nee. Nicht mehr in der Lava. Nix. Hm. Dann gucke ich noch mal beim anderen nach. Bei Notasche 2. Gut. So sei es. Und wenn hier auch nix ist, dann bleiben wir halt bei dem Standardding. Dann müssen wir halt einfach immer da gucken. So. Komm schon. Hier will ich mindestens zwei Aspins irgendwo sehen. Ah. Es wird gleich morgens. Jetzt aber schnell. Gucken. Da sieht man. Einen Haufen Steine. Aber keiner davon bewegt sich. Das heißt. Ne. Ist es nicht irgendwie eine Silhouette, die man als Stein nur wahrnimmt. Ne. Nischt. Absolut ja nischt. Da ist einer. Ja. Da ist einer. Sehr gut. Wollen wir da mal eine Runde gehen. Und gucken. Mal. Ich tütte den hier mal. Vorher. Und dann gehe ich hier mal eine große Runde und gucke, ob noch andere kommen. Wenn jetzt mindestens ein anderer kommt, dann soll das hier unser neuer Spot sein. Nischt. Kein einziger Asquin. Hm. Was ist das da? Da ist einer. Ja. Doch. Dieser hier wird es. Das wird unser neuer Spot. Da ist sogar noch einer. Oh. Die haben die Treppe zerstört. Oh Gott. Wow. Nein. Oh oh. Oh oh. Shit. Ich wusste es. Dass sie mich anjumpen. Nein. Okay. Shit. Da wurde ich überrannt. Aber das ist ein guter Spot. Das machen wir. Den werden wir nehmen. Das wird unser neues Asquin-Jagdgebiet. So. Gut. Und ich kann pennen gehen. Mach ich auch. Gute Nacht. Guten Morgen. Und dann laufen wir mal nach unten. Und ich würde tatsächlich genau alles vorbereiten. Wir haben da, wo wir jetzt den Spot gefunden haben. Oh Alter. Stimmt. Es tut mir leid. Ich habe gerade nicht gespeichert, während ich geschlafen habe. Ähm. Da, wo wir jetzt diesen Spot haben. Was wollte ich sagen? Moment. Gerade ein bisschen Brain AFK. Da haben wir ja. Das ist so lange her. Dass wir sogar noch eine Treppe gebaut hatten. Die haben die Asquels jetzt natürlich zerstört. Entsprechend. Würde ich auch den direkt nachbauen. Mal so. Und so. Also, ne. Direkt dort. Auch wieder so ein Belagerungsturm, wie wir das sonst immer machen. Und außerdem würde ich das hier umbenennen. Das ist Notasche. Hm. Ja. Ja. Mehr Infos brauche ich nicht. So. Und dann gehe ich mal kurz hier runter. So. Hol mir erst mal mein Stuff wieder, ne. Oder switche ich jetzt schon. Ne. Das mache ich gleich. So. Ja. Und hier hoffe ich mal, dass die Wiese jetzt abgehauen sind. Stimmt. Hätte ich vielleicht auch mal drauf gucken sollen. Nicht, dass ich vielleicht schon wieder sterbe. Aber mal gucken. Da sind die Wurzeln auf jeden Fall noch. Ja. Sieht safe aus. Aber das heißt nix, ne. Ja. So. Alle auch tatsächlich noch rumgebracht. Die Asquins und den Fuzzi. Oder? Ja, da. Na, super. Gut. Wie auch immer. So. Untertitelung des ZDF, 2020